Und hier ist der aktuelle Vital-Tipp. Immer ganz kurz und knackig. Kennst du das Buch Die Weizenwampe? Ich habe das Buch nie gelesen, aber ich weiß, dass es funktioniert. Das stimmt wirklich. Also wenn man viel Brot und speziell Weizen isst, nachher blasst es ihm auf. Und so verzichte ich auf Weizen mehrheitlich und auf Brot und ich merke mehr Vitalität, mehr Fitness und mehr Leichtigkeit. Also das Buch Die Weizenwampe stimmt wirklich. In dem Sinn, mach's gut, vieti, servus, bis zum nächsten Mal.